So, ihr habt das jetzt schon so gut geübt. Jetzt können wir beides zusammen tanzen und das machen wir direkt mit Musik. Der Heim ist voll, die Buchstaben auf weißem Papier. Ein U1, ein H1, ein ganzes Tier. Buch her, Blätter, Blätter, Lesefutter, lecker, lecker. Bücher fressen, das ist toll, da stopfe ich mir den Kopf mit voll. Buch her, Blätter, Blätter, Lesefutter, lecker, lecker. Bücher fressen, das ist toll, da stopfe ich mir den Kopf mit voll. Machen alles noch einmal. Ruckzuck habe ich es dann, selber schnell gecheckt. Gelesen habe ich plötzlich, ein ganzes Wort entdeckt. Aus Wörtern wurden Sätze, eine ganze bunte Welt. Geschichten und ein Abenteuer, was mir gut gefällt. Sief und Buch her, Blätter, Blätter, Lesefutter, lecker, lecker. Bücher fressen, das ist toll, da stopfe ich mir den Kopf mit voll. Buch her, Blätter, Blätter, Lesefutter, lecker, lecker. Bücher fressen, das ist toll, da stopfe ich mir den Kopf mit voll. So, das hat ja schon richtig gut geklappt. Wir haben jetzt zweimal die Strophen und den Refrain getanzt. Jetzt kommt noch eine kleine Besonderheit in der Musik. Und wie wir uns dazu bewegen und tanzen, das zeige ich euch im nächsten Video. Bis gleich! 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 Vielen Dank.